Habt ihr euch je gefragt, warum so viele digitale Transformationsprojekte scheitern? Was man tun sollte, vielleicht nicht tun sollte? Über das reden wir heute. Ich gehe mit euch heute mal durch ein paar Beispiele, auch aus der Praxis belegt, begründet, was man denn tun sollte, wenn man ein großes Transformationsprojekt in seiner Organisation umsetzen möchte. Vor allem am Beispiel eine Einführung eines Advanced Planning Systems, also eine neue Planungssoftware zum Beispiel für die Absatzplanung, Produktionsplanung, Netzwerksplanung, Kapazitätsplanung etc. Ist aber auch anwendbar auf viele andere Digitalisierungsprojekte. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Es wird hoffentlich einiges Wertvolles für den einen oder anderen, die einen oder anderen von euch dabei sein. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Dann steigen wir doch direkt in das Thema ein. Das Beispiel, was ich wie gesagt gewählt habe, weil das ganz nah an meinem Herzen ist, an meiner Erfahrung ist, in der ich schon sehr viele Projekte über jetzt fast 20 Jahre machen durfte, und auch gerade aktuell mitten in einem Steck mit einigen Learnings, die man nicht wahrhaben möchte, teilweise nach so vielen Jahren an eine Erfahrung, die nicht immer so toll waren, wo ich mich selber oder mir selber an die eigene Nase fassen muss. Warum konnte das ein oder andere vielleicht auch mal so entgleiten? Aber ich möchte mal ein bisschen von der Seele sprechen, eben was man tun kann, dass die Projekte erfolgreich sind. Und eben ich rede über Advanced Planning Software, also Planungssoftware von egal welchem Anbieter, ob es O9 Solutions ist, SAP, IBP oder APO damals, der Ablöser von SAP, APO, jetzt Kinexus, BlueYonder, OMP, wie auch immer die ganzen Anbieter heißen. Oder auch neue, die am Kommen sind, wie Paretoos. Mit Paretoos zum Beispiel arbeite ich neben meiner Rolle bei Paul Hartmann auch als Business, Senior Business Advisor zusammen, berate sie hier und da für die Weiterentwicklung ihrer Planungs-Decision-Intelligence-Lösungen. Aber wie gesagt, das ist ganz unabhängig von den Anbietern. Was ist denn eine Advanced Planning Software? Ich werde es gar nicht so weit ausholen, aber im Endeffekt ist es eine Software, mit der ihr eure Planungsabläufe, Prozesse digitalisieren könnt. Also angefangen bei der Absatzplanung, also Mengen, Verkaufsprognose, Umsatzplanung, Produktionsplanung, also welche Produkte ihr wann, wie, wo und welche Menge herstellt. Die Netzwerkplanung, an welchen Lagerorten haltet ihr die Produkte, wie viel sorgt ihr die Lagerorten nach. Ihr könnt darüber auch die Abrufplanung oder den Abrufvorkast für Handelswaren, Rohpackmaterialien und so weiter machen. Also es ist super komplex, je nach Unternehmensgröße und Anwendungsfall. Und was vielleicht ganz wichtig ist auch zu erwähnen, gerade ein Planungsprojekt, eine Planungssoftware, eine Einführung, ist etwas anderes als eine ERP-Software-Einführung. Denn oftmals in ERP-Softwares oder Lösungen, digitalen Lösungen, kann man die Wasserfalllogik eigentlich im Projektplan anwenden. Man geht von einem Schritt auf den anderen. Bei einer Planungssoftware, was ihr dort merken werdet, durch die, die schon mehr Erfahrung haben, was ihr dort wisst vielleicht, ich sage mal, das sind so ein bisschen so fast schon im negativen Infinity-Loops, man dreht sich immer wieder im Kreis. Man hat gewisse Ideen, setzt es um, testet es, findet wieder zig neue Baustellen heraus, geht wieder ein paar Schritte zurück, um wieder eine dann irgendwann nach vorne zu gehen. Daher funktionieren oftmals die klassischen Projektmanagement-Methoden nicht vollumfänglich bei diesen Planungssoftware-Implementierungen. Da müsst ihr aufpassen, weil oftmals kommt dann auch viel Kritik, wenn ihr das irgendwie die Planungssoftware mit einer großen ERP-Transformation oder so parallel durchführt. Warum nutzt ihr nicht die gleichen Tools? Warum nutzt ihr nicht die gleiche Testlogik? Warum nutzt ihr nicht die gleiche Trainingsmethode und so weiter? Also achtet da drauf. Ja, Planungssoftware ist ein bisschen anders und holt euch dort auch, das ist vielleicht so der erste wichtige Punkt, holt euch dort auch erfahrene Implementierungspartner ins Haus. Ja, das kostet einiges an Geld, aber ihr braucht erfahrene Implementierungspartner. Und wenn ich erfahren sage, darf das natürlich eine Mischung sein zwischen Junior- und Senior-Consultants, die ihr dann vor Ort habt vielleicht oder in den Fabriken, in den Vertriebsorganisationen, in den Zentralen. Ihr müsst aber aufpassen, oftmals sind diese Planungsexpertenrollen so rar, dass viele Beratungsunternehmen heute dort eine echte Schwachstelle haben und gar keine richtig erfahrenen Leute haben. Und im dümmsten Fall zahlt ein Heiden Geld, hohe Tagessätze und bildet eigentlich die Berater bei euch intern aus. Und das ist natürlich gefährlich. Also achtet da drauf, dass ihr auch eine gute Beratungsleistung und nicht nur eine reine Programmier-Implementierungsleistung, sage ich mal, Konfigurationsleistung einkauft. Also die Beratungsleistung ist auch wichtig. Bestenfalls kann euer Beratungsunternehmen, dass ihr auswählt, wählt beides. Implementieren, konfigurieren. Aber wenn ich beides sage, meine ich dann eben auch die Beratung. Zu sagen, wie müsst ihr euch anpassen als Business? Wie müsst ihr vorgehen? Auf was solltet ihr achten? Welche Ideen, die ihr selber habt und umsetzen solltet, sind vielleicht nicht mehr zeitgemäß? Was gibt es für bessere Ansätze? Und auch wirklich so ein Sparing-Partner für euch über alle Hierarchie-Ebenen auch bietet, zu sagen, hey, Achtung, ihr müsst euch da vielleicht auch als Unternehmen, die dieses Tool implementieren wollt, auch eher anpassen. Und nicht immer nur das Tool jetzt, ich sage mal ganz bewusst jetzt ganz negativ, in Anführungsschlusszeichen, das Tool vergewaltigen. Sondern es ist oftmals nicht gut beraten, wenn ihr eigentlich eure Ist-Prozesse heute in das Zukunftssystem bringt. Nein, hinterfragt radikal alles. Versucht so nah wie möglich auch an einem Standard zu bleiben, für eure Industrie und eure Firmengröße. Und passt euch an. Das kann ich nur wärmsten empfehlen. Das ist aber natürlich der härtere Weg. Und wenn ich sage Anpassungen, das ist eigentlich schon der erste Punkt, so ein bisschen der erste Punkt. Und sorry, wenn ich hier mal an der Kamera vorbeischaue, ich habe mir hier einige Notizen gemacht. Ihr braucht ein sehr ausführliches Assessment. Nicht nur die Tool-Auswahl und Lieferanten, nicht Lieferanten natürlich, die Consultant-Beratungsunternehmens-Auswahl, sondern ihr müsst dann, sobald ihr dann Tool und Unternehmen oder Beratungsunternehmen, bestenfalls erstes Beratungsunternehmen, dann das Tool ausgewählt habt. Dann müsst ihr wirklich eine saubere Gap-Analyse, sage ich jetzt mal einfach, machen zwischen euren heutigen Prozessen, Zukunftsprozessen und was können diese Tools oder das ausgewählte Tool. Wo habt ihr Lücken? Wie geht ihr mit den Lücken um? Und eben, ich wiederhole mich da ganz oft, wahrscheinlich heute in diesem Video-Podcast, ihr schließt die Lücken nicht nur, indem ihr sagt, passt das Tool an zu euren Beratern. Das kostet auch unter anderem sehr viel, sondern ihr macht das Tool auch so kaputt dann und verhindert vielleicht auch eine Chance, auf mal auch gewisse Standards zu gehen. Sondern ihr müsst euch anpassen. Wenn ich sage, ihr müsst euch anpassen, die Organisation, die Verantwortlichkeiten, die Prozesse, die Arbeitsabläufe, Entscheidungskompetenzen und so weiter müssen vielleicht angepasst werden. Und das kann ein sehr großer Change sein, der aber sehr wichtig ist und ist auch eine einmalige Chance bei so Großprojekten, weil wenn ihr heute ein Planungstool einführt, dann habt ihr das hoffentlich zehn Jahre oder länger und setzt immer nur wieder dann in Zukunft mit allen möglichen modernen Sachen, die da technologisch jetzt kommen, punktuell Dinge obendrauf, aber bildet damit einen Rückgrat für die Zukunft, was ein paar Generationen an Planerinnen und Planern auch verwenden werden. Genau, also dieses Assessment, dieses Gap-Assessment ultra wichtig. Zweiter Punkt, das ist eigentlich auch ein klassischem Projektmanagement, nicht wegzudenken, klare Stakeholder-Analyse. Ich selber bin da auch oft total naiv, gerade auch in meiner Position, in der ich sein darf, als Planungsverantwortlicher global in meinem Unternehmen. Dann denke ich natürlich, ja, ich bin ja schon ein Senior Stakeholder, aber das ist zu kurz gedacht. Man hat ganz viele Stakeholder, selbst wenn man wie ich für Planung, End-to-End Absatzplanung, Produktionsplanung, Netzwerkplanung zuständig ist zum Beispiel, gibt es aber noch Stakeholder, wie die Vertriebsleiter in den Ländergesellschaften, die für die Absatzplanung, die die zwar nicht machen, aber für die Qualität, den Inhalt der Absatzplanung dann letztendlich auch irgendwo zuständig sind im SNOP-Prozess, im Sales Operations Planning Prozess. Es gibt vielleicht Operations, Produktionsleiter, wie auch immer die Nennen, Manufacturing-Hats, Werksleiter, die dann wiederum an diese Positionen berichten, die ihr auch abholen müsst, denn vielleicht greift ihr voll in die Entscheidungsprozesse ein, nehmt vielleicht auch Kompetenzen weg, die heute noch dezentral sind, zentralisiert, regionalisiert diese in Zukunft. Unterschätzt das nicht. Also ich, teilweise fällt mir das auch wirklich schwer, diese permanente Unternehmenspolitik intern, aber man muss da wirklich sich gut vorbereiten und Klinken putzen und immer wieder die Messages wiederholen, warum man etwas macht, was dann besser ist und warum das nicht schlecht ist, wenn hier und da auch mal jemand was abgeben muss, warum das nicht schlecht ist, wenn jemand auch mal Aufgaben dazunehmen muss, etc. Natürlich sind andere wichtige Stakeholder-Projekte, sind auch die IT, die interne. Ein Stakeholder ist natürlich auch, ihr müsst auch verstehen, wie die Powerstruktur, also die Entscheidungskompetenzen und die Machtverhältnisse auf der Consulting-Seite seid, wenn ihr mit Großunternehmen arbeitet, da müsst ihr gucken, habt ihr den richtigen Draht bei Eskalationen zu den richtigen Leuten, wie ticken die, was ist ihre Internetunternehmensphilosophie und so weiter. Also wird sehr schnell sehr komplex, mappt das mal für euch aus und guckt auch, wo stehen welche Stakeholder. Da wird es dann auch die kritischen geben, wo ihr ein bisschen länger braucht, vielleicht nehmt ihr die ja nicht gerade für ein Pilotprojekt, sondern erstmal die, die das auch richtig toll finden und gut machen, dass es dann auch abstrahlt und so weiter. Dann der dritte Punkt, den ich mitgeben möchte, ist die Implementierungslogik. Das heißt, macht ihr eine gestaffelte Implementierung, also wenn ihr in Riesenunternehmen seid, ein multinationaler Konzern oder so, dann kommt ihr fast nicht drum rum. Ihr könnt nicht einen globalen Big Bang Go Live machen. Macht ihr das dann pro Business Division, Business Unit, macht ihr das Werk für Werk, Land für Land, Vertriebsgesellschaft für Vertriebsgesellschaft. Guckt da mal, was da sinnvoll ist oder wenn ihr kleinere Einheiten habt, könnt ihr vielleicht doch auch schon fast mit einem Big Bang, mit größeren Themen live gehen, was ich zum Beispiel kenne, was wir auch gerade bei der Paul Hartmann AG machen, mehr möchte ich aber hier nicht sagen, weil das mein privater Podcast ist. Wir gucken zum Beispiel, dass wir global eher die Absatzplanung einheitlich umsetzen, weil wir dann aus einem recht guten Tool in ein moderneres Tool gehen und das wäre schwierig, haben wir gesehen, was Schnittstellen betrifft und so weiter, in die Systemlandschaft hinten dran oder vorn dran, das nicht auf einmal vielleicht so machen, aber vielleicht dann auf der Produktionsseite wählen wir einen Business Unit, divisionalen Ansatz, wo wir sagen, gewisse Produktionswerke, Lieferanten, die diese Produkte herstellen, die gehen zuerst, die werden der Pilot, weil die vielleicht auch offener sind, die vielleicht die einfacheren Prozesse auch haben, was auch immer, von der Organisation schon weiter sind, von der Reife vielleicht, andere macht man dann vielleicht ein paar Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr später, je nachdem eben, wie groß euer Unternehmen ist. Also macht euch da mal Gedanken vor Nachteile, gestaffelte Implementierung versus Big Bang, was spricht dafür und dagegen? Ich habe hier mal ein paar Fun Facts zusammengeschrieben, ich muss gleich auch für den Punkt 1 und 2 nachreichen, habe ich jetzt ganz übersehen hier auf meinen Notizen und ich mache das ja immer in der Regel ungeskriptet, auch wenn ich mir hier mal ein paar Notizen zusammengeschrieben habe, nehme ich das in der Regel One Take auf und dann verhaspel ich mich halt manchmal, aber dann ist es vielleicht auch natürlicher und nicht einfach von einem Roboter vorgelesen. Fun Fact zur gestaffelten Implementierung, hier sagt man jetzt zum Beispiel, was ich jetzt rausgesucht habe mal, wenn ich gegoogelt habe, dass ein 30% besserer oder höherer Return on Investment ist, wenn man gestaffelte Implementierungen macht als ein Big Bang, weil man dann über die Staffelung dann kleine Kinderkrankheiten besser aussortieren kann, sich fokussieren kann, so Quick-Wins zu realisieren. Es gibt auch immer wieder Sachen, die schief laufen nach großen Go-Lives, da kann man besser nacharbeiten, bevor man die Probleme weiter ausrollt weltweit. Das ist hier ein Fun Fact dann zu den Stakeholdern schnell, das ist eben das jetzt wieder, was bei meinen ungeskripten Videos oder Podcasts rauskommt, habe ich auch noch ein Fun Fact mitgenommen, von McKinsey ist der, glaube ich, da hatte ich das auf ihrer Homepage gefunden, dass wenn man nicht den richtigen Executive Sponsor hat oder Buy-In hat vom Vorstand, von der Geschäftsführung, dann 40% der Projekte, die nicht diesen Executive Buy-In haben oder Support haben, die scheitern eher und von der ersten Position mit diesen Gap-Assessments, Lücken-Assessments, Analysen, da heißt es eigentlich auch, dass über 70% der digitalen Transformationsprojekte scheitern, wenn der Umfang, also das Scope nicht ganz klar ist, die Ziele, also die Objects nicht ganz klar sind und eben diese Assessments nicht sauber durchgeführt werden. Und das ist, glaube ich, von BCG, von der Boston Consulting Group, von der Homepage. Vierter Punkt, sorry fürs Springen jetzt noch mal, zum dritten Mal, Datenqualität. Das ist irgendwie für alle, die in der Sublight Chain arbeiten, sehr, sehr offensichtlich, aber ihr werdet euch wundern, auch wenn ihr heute vielleicht schon gute digitale Systeme habt, die ihr upgraden wollt, es geht, die Daten sind immer das Problem, ja, und ihr habt wahrscheinlich die meisten Daten, aber wie gut sind sie wirklich? Wie gut werden sie angepasst? Wer hat die Hoheit der Datenpflege? Je nachdem, wer die Hoheit hat, ich mache mal ein Beispiel, wenn die Produktion für den Output Stück pro Stunde, was auch immer, pro Schicht, die Effizienzen zuständig ist, was irgendwie offensichtlich ist, bin ich aber voll dagegen übrigens, da kann man sich mit mir sehr gerne drüber streiten, dann werden die immer zielgetrieben in der Produktion ihre Daten setzen, also eher überoptimistisch. Daher sage ich eher, lieber wir in der Planung, und Planung sollte nicht Teil der Produktion sein, in der neutralen Funktion, in der globalen Supply Chain irgendwo hängen, wir sollten dafür zuständig sein, weil dann machen wir Demonstrated Capacities, Demonstrated Production Output Daten und so weiter. Also achtet da drauf, ja, und guckt auch, eben, ihr müsst nicht nur die guten Daten und auch immer wieder aktuellen Daten haben, ihr braucht auch da Routinen, die monatlich, quartalsweise, was auch immer, regelmäßig anzupassen, Bestellvorlaufzeiten, Sicherheitsbestände, eben, ich habe es gerade gesagt, Routings, also Arbeitspläne in den Produktionen, ja, Workcenter Daten, was dann Kapazitäten betrifft, Transportation Lanes von A nach B, Lager A nach Lager B und so weiter, dass ihr immer alles sauber nachhaltet, und da gibt es dann noch sehr viel komplexere Daten, aber achtet auch drauf, wer die Daten heute hat, jetzt nochmal wiederholt, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, also fokussiert euch extrem auf diesen Datenaspekt und das ganze Drumherum, die ganze Prozesskette auch, da werdet ihr auch auf die Welt kommen, wenn ihr heute vielleicht noch nicht so moderne Planungssysteme habt, in Zukunft ein modernes Planungssystem habt, dann müsst ihr vielleicht auch in euren PLM, in euren Product Lifecycle Management Prozessen schon ansetzen, wann und wie kreiert ihr denn neue Artikel, wann und wie kreiert ihr die Stückliste, wann und wie kreiert ihr die Rohpackmaterialien, wann und wie kreiert ihr die Lieferanten, braucht ihr die, braucht ihr die nicht, wann und wie kreiert ihr die Lagerorte, die Vertriebsgesellschaften für die neuen Produkte oder die Abtauschprodukte, wenn ihr das nämlich zum Teil zu spät macht, weil die Prozesse so entkoppelt waren und nicht synchron sind, was dann immer mehr benötigt wird auf digitalen Plattformen, dann werdet ihr teilweise Daten viel zu spät haben und habt dann immer wieder Prozesslügen und wundert euch, warum die Qualität eures Planungsprozesses schlecht ist. Der fünfte Punkt, den ich noch mitgeben möchte bei den Do's oder bei den Themen, die ihr unbedingt beachten solltet, auch das ist ein Klassiker im Projektmanagement, Training und Change Management, Veränderungsmanagement. Auch da der Funfact, natürlich je besser und kontinuierlich eure Trainings vorbereitet, dann fühlen sich die Mitarbeiter, auf Englisch klingt das schöner, engaged, committed, also sind dann mehr engagiert bei der Sache und dabei bei der Veränderung und freuen sich auch drauf, anstatt dass sie sich Angst machen. Man sagt eben auch, dass 70 Prozent, dann muss ich wieder kurz ablesen, 70 Prozent der Mitarbeiter sich mehr engagiert fühlen, committed fühlen für diese Projektziele, das Projekt, was ihr oder das Unterfangenen, was ihr vorhabt. Wenn eben das Training sauber aufgesetzt ist, das Veränderungsmanagement klar, die auch die Opportunitäten, die mit der Veränderung nachhergehen, klar hervorhebt und dann eben auch darüber dann ein kontinuierlicher Lernmechanismus aufgesetzt wird, dann könnt ihr da nochmal eigentlich so ein bisschen einen Rückenwind generieren, statt dass ihr einen permanenten Gegenwind von den Mitarbeitern im Projekt bekommt, weil sie sagen, ja wir fühlen das nicht abgeholt, wir machen uns Sorgen, was ist mit meinem Job in ein paar Monaten, wenn wir das dies und das umsetzen und so weiter und da auch aus Nähkästchen geplaudert, auch in einem aktuellen Projekt, was ich selber mit begleiten darf, was wir umsetzen in meinem Verantwortungsbereich im Unternehmen, fand ich, haben wir recht gut gemacht, die ganze Trainingssache, wir haben Planer global anreisen lassen, in Meetingräume, Konferenzen gesetzt, mit tollem Rahmenprogramm und so weiter, in die Systeme rein, mit guten Trainern, gut vorbereitet, nichtsdestotrotz war das dann teilweise vielleicht zu weit vor dem Go-Live, wir haben auch gedacht, bei kleineren Einheiten kann man auch mal 30 Leute oder 40 Leute in einen Raum bringen und hat dann keine Key-User- oder Train-the-Trainer-Logiken angewendet, wo man ein paar Spezialisten ausbildet, die dann wiederum in ihren lokalen Organisationseinheiten das Wissen weitergeben, also guckt da ein bisschen drauf, was also die Best Practices sind, holt euch zum Teil auch Experten, wie nennt man das auf Deutsch, Engagement Manager, da gibt es auch Consultancies, die da sehr stark sind oder ihr habt vielleicht auch intern bei größeren Unternehmen dort Experten, die euch dann da ein bisschen untergleiten, sorry, die euch da besser begleiten, wollte ich natürlich sagen, die dann Konzepte haben, die sind was in der Regel sehr fachfremd, aber die haben gute Konzepte, Methoden, wie ihr Themen in die Organisation, sag ich mal, einmassiert und dann auch nachhaltig gestaltet und damit nehmt ihr eben die Resistenz weg und kriegt dann auch eher mal dann, wenn es dann mal drum geht, dann zu testen, Design-Offsicht einzuholen, von den Anwendern, passt das wirklich alles, was ihr da konfiguriert, implementiert habt, bevor man dann live geht, dann kriegt ihr da auch eher das okay und seid dann nicht überrascht, wenn dann, wenn ihr das nämlich schlecht macht, dann habt ihr vielleicht ganz kurz für den Go-Lives so einen heftigen Gegenwind, was so eig eskaliert dann auch über die Hierarchiestufe, obwohl ihr eigentlich auf dem Papier alles abgehakt habt, ich hab trainiert, ich hab Gap-Analysen gemacht, ich hab eigentlich Projekt-Updates geschickt, ich hab Test-Cases rausgegeben, die auch durchgeführt wurden, ihr kriegt trotzdem nicht die Sign-Offs und dann geht es richtig doll in die Hose, ihr seid ultra frustriert, alle sind frustriert und dann müsst ihr erstmal aus der negativen Spirale eigentlich wieder rauskommen und in die Glücksspirale gehen und das ist ultra schwierig, da braucht man schon fast nochmal einen Restart vom Projekt, im Worst-Case streitet ihr euch damit mit dem Implementierungspartner, wollt ihr noch austauschen auf halbem Weg oder kurz vor Ziel, also achte da sehr, sehr, sehr drauf. Dann möchte ich so in den zweiten Teil gehen, so ein paar Punkte, mal gucken, wie viel hatte ich hier aufgeschrieben, ich glaube auch fünf, die Don'ts, also die Dinge, die ihr vielleicht tunlichst vermeiden solltet, wenn ihr ein Advanced Planning-System einführt. Der erste Punkt hier ist eben die Testphasen oder Pilotphasen nicht ernst nehmen und ihr braucht mehrere Testphasen, also ihr habt natürlich jetzt in der Fachsprache, ihr habt technische Tests, ihr habt Funktionstests, ihr habt User-Tests, ihr habt dann die finale Abnahme und plant es sauber durch und guckt vor allem, wenn ihr ein Pilotprojekt habt, dass ihr natürlich ja im Pilot-Scope, im Pilot-Scope auch wirklich fähige Leute dabei habt, eine fähige Einheit vom Unternehmen, die vielleicht auch schon eben, wie ich es zum Anfang jetzt schon gesagt habe, einen besseren oder höheren Reifegrad haben, dann kommt ihr da auch besser durch und vor allem in den Tests seht ihr dann auch eher, gerade wenn man so ein bisschen Negativ-Testing macht, mal so, anstatt immer nur, keine Ahnung, mal einen Rhetoren-Prozess testen oder was ist denn, wenn mal eine Produktion in die Hose geht, wenn Ware vernichtet werden muss, was passiert denn dann, wie verhält sich dann so ein System, was ist, wenn Produkte abgetauscht werden spontan, was ist, wenn neue, neue Lagerorte hinzukommen, wegfallen, wie verhält sich dann diese Planungslogik, was ist, wenn ihr auf einmal ein Overflow, ein Überflusslager habt, weil ihr irgendwie zu hohe Bestände habt, habt ihr dann irgendwelche auch wieder da, Infinity Loops, dass die Planungssysteme gar nicht mitarbeiten können, was ist denn, wenn der Einkauf, aber der Einkauf mit Infosätzen versus Produktionsversionen und, 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 also ihr braucht, ihr müsst ultra ins Detail gehen und ihr müsst euch echt Zeit nehmen für diese Tests, aber Voraussetzung ist natürlich, dass ich dann, dass eure IT, euer Projektteam, das Beratungsunternehmen euch auch rechtzeitig die Systeme zur Verfügung stellen, dass ihr dann auch ausführlich testen könnt, weil oftmals ist es so, man nimmt sich x Monate für die Tests vor, vielleicht noch so eine Art Schatten-Go-Live sogar, dass man sagt, so zwei, drei Monate mache ich eine Art Dual Maintenance, ich bleibe im alten System, gehe aber schon parallel ins neue, muss die beide, ja, parallel eigentlich befüttern und managen, bis ich mich halt wohlfühle, dann das alte System abzuschalten und aufs neue System vollzugehen und ihr werdet sehen, am Ende kommt immer dieses sogenannte Scope-Creep rein und so weiter, ihr findet Fehler in den technischen Dokumentationen, das habe ich nämlich auch vergessen zu erwähnen, mal wieder jetzt typisch Martin, zu erwähnen, beim ersten Punkt bei der Gap-Analyse dokumentiert alles sauber, auch eure Anforderungen, User-Anforderungen, technische Anforderungen, saubere Spezifikationen schreiben, die auch ordentlich durchgesprochen wird, verstanden wird, abgenommen wird und dann wird auch danach das System gebaut und konfiguriert, weil sonst werdet ihr immer wieder finden, kurz vor den Go-Lives und während der Test gibt es dann permanent Stress zwischen euch und den Beratungsunternehmen und der IT zum Beispiel, ja, das wollten wir aber anders, aber wo kommt das jetzt her, nein, das ist aber eine neue Anforderung und ihr seht schon, das ist eine absolut unschöne Situation und da verliert ihr so viele Wochen am Ende und manchen Monate, dass ihr den Go-Live auch oftmals dann in den Sand setzt und dann ohne Schatten-Go-Live und alles irgendwie live geht und dann irgendwie während ihr live seid die ganzen Krankheiten, Kinderkrankheiten ausbessern müsst, weil ihr einfach auch mal irgendwann live gehen müsst, weil es vielleicht auch Abhängigkeiten zu anderen Projekten gibt oder die Ressourcen oder das Geld, verschwindendes Geld euch ausgeht, was auch immer. Achtet auf die Testphase, spezifiziert alles und vor allem in Planungsprojekten, eben ist es nicht ein transaktionelles Testen, sondern wirklich ein 360-Grad-Testen. Ihr müsst ja permanent im Kreis drehen, macht da auch ein Negativ-Testing. Bindet die richtigen Leute ein, dass ihr das dann auch richtig dokumentiert abgenommen bekommt. Zweiter Punkt, oder habe ich da auch einen Fun-Fact? Mal gucken, zum ersten Punkt. Ja, da steht jetzt, von welcher Consultant sie hatte ich, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, toll. Über 80 Prozent der Firmen, die das Pilot-Testing skippen oder auslasten, haben dann Riesenprobleme mit der Implementierung und das setzen, das überhaupt nicht erfolgreich umbrechen, sogar das ganze Projekt im Worst Case. Jetzt nicht alle 80 Prozent, aber einige davon. Zweiter Punkt, gehen wir mal weiter. Die Komplexität von einem Advanced Planning System wird oftmals unterschätzt. Es ist eben nicht nur ein Absatzplanungs-Tool, es ist eben nicht nur ein Produktionsplanungs-Tool, es ersetzt eben nicht nur dieses Excel-Spreadsheet, was ihr bisher verwendet habt oder so im Worst Case, sondern das greift in alle Projekte, in alle Prozesse, wollte ich natürlich sagen, im Unternehmen rein, hat unheimlich viele Schnittstellen zu anderen Systemen, unheimlich viele, wir hatten es vorhin bei Stakeholder, unheimlich viele Leute müssen Inputs geben oder arbeiten mit den Outputs dieses Planungsprozesses, egal ob es auf der Demand-Supply-Inventory-Seite ist. Und hier steht eben auch jetzt als Funfact, dass 60 Prozent der Firmen große Delays, signifikante Verzögerungen spüren oder wahrnehmen müssen, weil sie eben in der Integrierung mit anderen Prozessen, Systemen Riesenprobleme haben. Und daher müsste das auch unbedingt die Systemlandschaft sauber mappen und so weiter eben in dieser Gap-Analyse, das wiederhole ich zum vierten Mal, glaube ich, oder so. Das heißt, schaut euch das gut an, dann gehen wir eigentlich weiter, das ist so ein bisschen der Punkt, das geht ja alles so Hand in Hand und im Endeffekt machen es meist zwei, drei Dinge in Kombination, die so ein Projekt fast zum Scheitern bringen. Die Customization auf Englisch, also die Individualisierung, die Anpassung auf euer Unternehmen, achtet da drauf, dass ihr das auch vielleicht, auf der einen Seite dürft ihr es nicht vernachlässigen, ihr müsst sicherlich Dinge anpassen, auf der anderen Seite solltet ihr es nicht übertreiben, ihr solltet euch auch anpassen und findet da den goldenen Mittelweg und der ist sehr schwierig zu finden, da braucht ihr auch die richtigen Leute bei euch selber im Unternehmen, die da wirklich eine Ahnung von haben, bestenfalls holt ihr euch auch externe Expertise, die schon ein paar Mal so Projekte gemacht haben, aus anderen Branchen auch mal mit rein, vielleicht doch gar Branchenfremde Leute, die immer ein bisschen naiv schon fast Dinge ignorieren, die ihr irgendwo haben wollt, das bringt aber dann eine Vereinfachung rein. Das ist der eine Pitch, so ein bisschen zu macht es euch einfach, geht auf Standards, auf der anderen Seite macht es trotzdem hier und da, wo nötig, komplex, denn die Gegenthese wäre eigentlich, wenn ihr es nicht anpasst, dann benutzt ihr die Systeme nie zu vollem Umfang, ihr habt immer wieder Workarounds und worst case habt ihr ein teures, tolles System, wo ihr viel Lizenzgebühren zahlt, Millionen Euro für eine Implementierung ausgegeben habt und Monate, Jahre zum Teil in Großunternehmen und dann arbeiten die Planer, Planerin wieder in irgendwelchen Excel-Sheets und kopieren die im dümmsten Fall nur in das teure Planungstool rüber. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn ihr das seht, dann seid ihr, wenn ihr da Verantwortung habt, dann habt ihr, dann solltet ihr euch vielleicht auch einen neuen Shop suchen, weil dann ist das Unternehmen, das Unternehmen meine ich damit, das Unternehmen, diese Software einzuführen, gescheitert. Vierter Punkt, Menschen, es menschelt wie immer überall, wir hatten es so ein bisschen jetzt beim Training, Change-Management-Aspekt, da möchte ich einfach noch mal sagen, ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, daher kann ich da ein bisschen überspringen jetzt diesen vierten Punkt, unterschätzt nicht den menschlichen Aspekt. Natürlich müsst ihr auch mal die harten Entscheidungen treffen, es wird auch immer wieder Nörgler geben, guckt auch, dass ihr dann, ihr könnt nicht alle Leute mitnehmen auf die Reise, zur Not müsst ihr auch andere Jobs für manche Leute suchen, wo ihr meint, die passen dann nicht mehr von der Qualifikation, vom Mindset und so weiter auf diese neuen, manchmal auch komplexeren Stellen, die man mit so Advanced-Planning-Systemen generiert, das ist jetzt ein bisschen so die harte Seite, da möchte ich aber jetzt gar nicht mehr dazu sagen, sonst kriegt es so einen ultra-negativen Touch, das gehört sicherlich auch dazu. Manchmal gibt es dann auch langfristige Vereinfachungen, Verbesserungen, wenn die Tools dann wirklich mal perfekt eingeführt sind, das müsst ihr im Voraus, im Blick haben, vielleicht fallen auch Stellen weg, werden verlagert, was macht ihr mit den Personen, die frei werden, könnt ihr die für andere Jobs verwenden, jetzt in der heutigen Zeit, wo es oftmals Fachkräftemangel gibt, gerade Planerinnen und Planer sind gut qualifizierte, in der Regel sollten es gut qualifizierte Leute sein, da findet ihr vielleicht auch auch im Einkauf, in Operations, in Finance, wo auch immer, in anderen Logistiknahen oder so bleibchennahen Funktionen, tolle Jobs, das solltet ihr frühzeitig im Blick haben, dass ihr dann eine Restrukturierung auch am Ende vermeidet, auch die Angst nehmt, bei den Mitarbeitern, die dann schon ein bisschen so Hintergedanken haben, oh, wenn das und das passiert, dann fällt das und das weg, das und das verändert sich, mag ich den Job noch, habe ich den Job noch, das müsst ihr frühzeitig auch im Management-Team auf dem Radar haben und auch mal wirklich weit nach vorne schauen und Annahmen treffen und dann halt je nachdem, wie sich die Realität, wie euch die Realität trifft und einholt, dann adaptieren. Fünfter Punkt, wie sagt man da auf Englisch, Hypercare, Post-Emplementation-Support, also so ein bisschen nach dem Go-Live ist vor dem Go-Live, so ein bisschen, wenn sich hier ein Phrasenschwein stecken würde, müsste ich da jetzt 5-Euro-Schein reinwerfen. Da geht es einmal darum, wenn ihr die großen Veränderungen umgesetzt habt, die Systeme implementiert habt, live gesetzt habt, dann kommen ganz viele Ideen, auch Probleme, auch hoch, Positives wie Negatives, was ihr angehen müsst. Also ihr müsst eigentlich gucken, dass ihr nachhaltig, zumindest intern, eine Exzellenz-Abteilung habt, eine Supply-Chain-Exzellenz, Planning-Exzellenz-Abteilung, ich bin kein Freund von Business-Transformation-Team, sie sollten immer Teil der Fachbereiche sein, dass ihr da Fähigkeiten aufgebaut habt während dieser Projekte und dann auch diese Kompetenzen vorhaltet, nicht nur über Key-User, sondern ihr braucht vielleicht auch bei größeren Unternehmen dann ein kleineres Team, was diese Verbesserungen und Top-Implementierungen von weiteren Bausteinen, sage ich jetzt mal, dann über die Monate, Jahre umsetzt und weiter durchzieht. Und wie gesagt, bestenfalls zieht ihr aus dem Projektteam ein paar Talente nach, die ihr dann auch weiterentwickeln könnt über solche Exzellenzstellen und dann daraus wachsen ja dann auch die zukünftigen Führungskräfte in eurer Supply-Chain, in eurem Unternehmen. Und achtet da auch drauf, dass die IT richtig aufgestellt ist, ihr selber habe ich ja gerade gesagt, an die IT, vielleicht braucht ihr aber auch Geld, Budget, Ressourcen von externen Partnern, weil ihr vielleicht nochmal vom Softwareanbieter, neue Softwareanbieter, vom Implementierungspartner, neue Implementierungspartner oder so, nochmal ein bisschen Unterstützung braucht, um dann eben nachzuarbeiten, nochmal die Schippe draufzulegen, weil ihr oftmals ja nur das Fundament gießt und dann kommt eigentlich erst die Chöre nach diesen Projekten, wenn ihr eine Weile damit gearbeitet habt, weil dann seht ihr, was wirklich gut oder schlecht läuft, welche Potenziale denn noch da sind. Ja, was kann ich euch noch sagen? Ich glaube, ich habe euch jetzt schon einiges mitgegeben, wenn ich immer auf die Uhrzeit schaue, wo steht es denn hier bei meiner Aufnahme? Ich sehe es gerade nicht. Jetzt bin ich aber bestimmt wieder schon ewig, halbe Stunde fast am Quatschen. Wow, okay, ich glaube, dann komme ich nämlich so langsam zum Ende. Also ich hoffe, ihr habt schon solche Projekte gemacht, Advanced Planning System, Digitalisierungsprojekte in der Absatzplanung, in der Produktionsplanung, wo auch immer. Achtet auch drauf vielleicht, das kann ich euch auch noch als Praxistipp mitgeben, was wollt ihr denn eigentlich implementieren? Also macht jetzt nicht so ein Stückwerk, sucht euch vielleicht auch mal einen Softwareanbieter raus, die eine ganze Suite an Tools haben, ja, dass ihr mal ein Rückgrat, dass ihr die Absatzplanung, Supplyplanung, Netzwerksplanung, was auch immer, Inventory Planning aus einer Hand vielleicht auch implementiert, aus einer Softwarelandschaft raus und dann eben könnt ihr andere Anbieter oben draufsetzen, gerade kleinere Nischenanbieter, die dann tollere Lösungen oftmals als die ganz großen haben. Das kann ich euch mitgeben. Auch nochmal vielleicht was zu den Stakeholdern. Ich mache mal ein Beispiel. Eine Advanced Planning Software ist eher ein taktisch-strategisches Planungsinstrument, wo ihr auf einer Wochenscheibe, Monatsscheibe, weit in die Zukunft plant. Aber ihr braucht ja dann auch eine Feinplanung in der Produktion, in der Logistik für das Tagesgeschäft, sage ich mal. Und das muss nicht unbedingt von so einer Software gelöst werden. Und damit will ich sagen, achtet darauf, welche Tools ihr für welchen Zweck implementiert. Ich habe so oft in meinem Netzwerk mit Leuten gesprochen, die dann irgendwie das Tool halber vergewaltigen, weil sie dann auf einmal eine Feinplanung in einem taktischen Tool machen wollen, weil sie eine Tagesplanung in einem Tool machen wollen, was eigentlich eher für eine Wochen- und Monatsplanung vorgesehen ist. Und dann macht ihr das Tool auch kaputt und wundert euch und warum das nicht zum Fliegen kommt. Und sagt dann, ja, der Anbieter ist schuld und der Implementierungspartner ist schuld. Vielleicht lag es aber auch an euch, weil ihr einfach nicht die richtigen Fähigkeiten hattet zu unterscheiden, was braucht ihr für was. Jetzt mehr sehr, sehr high level und simple gesagt. Das möchte ich euch auch noch mitgeben. Ich glaube, ich belasse es aber dabei. Wie immer, wenn ich hier nebenan, ich nehme es hier gerade wieder unterm Dachgeschoss auf in meinem Büro, ich habe hier immer noch einige Kartons um die Ecke stehen, deine Lieferkette, Eisbrecher, Fragen für Workshops, Seminare, Teammeetings, schaut doch da mal rein. Gibt es auf Amazon. Ich mache auch gerade eine kleine Aktion, habe es nochmal zwei Euro runtergesetzt pro Pack. Würde mich freuen, wenn der, die eine oder andere von euch mal sich so ein Set zulegt. Ich glaube, da sind ein paar coole, simple Fragen dabei, um so ein bisschen die Stimmung in Seminaren und so weiter aufzulocken und den Redefluss der Teilnehmer anzuregen. Schaut mal bei meinen Büchern vorbei, die schon eine weile gelistet sind unplanbar, vor allem der Business Roman, gibt es auch als Audiobook und deine Lieferkette, die Homepage, hier sind noch über 180 Videos auf YouTube oder so verfügbar, vieles auch als Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Abonniert die Kanäle, like die Videos, teilt sie, das würde mich unheimlich motivieren, um weiteren Content für euch zu bringen. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020